Ich würde lieber in Kinderheim gehen, als in Schule. Schau mal da. Live, es ist live. Na 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 na. Ihr wisst ja nicht, ich muss halbe Stunde schlafen. Nein, wer sagt das? Gott, ich, in der Schule und so. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu 10 Fragen an 3 Vollidioten. 10 Fragen, ich dachte, wir machen das auch. Wir machen die Pakete auch. Willkommen heute zu einem Video, bei dem wir Pakete aufmachen. Wir haben in der Vergangenheit schon angedeutet, dass wir bald ein Video machen, in dem wir eure Pakete aufmachen. Es sind ein paar angekommen und wir sind erstmal sehr dankbar dafür. Danke, wow, ihr seid unglaublich. An die Leute, die die Pakete geschickt haben, ihr seid die besten Menschen, die die Welt je gesehen hat. Ich nehme nur meins und nicht hier in mein Zimmer. Halt's Maul. Ich will dich ja weg. Nein, nein, nein. Ich weiß, Leute, 50 Jahre, da sind wir schon alt und wir sitzen noch immer da. Das sind die Pakete, die uns zugeschickt wurden. Es sind einige Amazon-Pakete und einige kleine Pakete und ein Brief. Wir fangen mit diesem Brief an. Ich mache den Brief auf und sie macht das Paket auf. Hallo Familie Nuri, ich heiße Ilayda und bin 10. Und ich werde am 24.11.11. Entschuldigung, dass ich nichts kaufen konnte, weil ich in der Quarantäne bin. Wenn ich aus der Quarantäne raus bin, dann schicke ich euch das Brief. Ja, nach der Schule werde ich auch etwas kaufen. Nein, 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 warte. Du bist viel zu jung, um was zu kaufen. Auch der andere Musiker, Aljoba, muss eigentlich nicht kaufen. Sana werde ich fünf Paket mit Chips kaufen. Ich lache sehr über eure Videos und wenn ich unglücklich bin, gucke ich euch, weil ich weiß, dass ihr mich glücklich macht. Willst du was sagen, Jan? Sag es jetzt. Ja, ich sage nur eins, du musst mir null Chips schicken, okay? Du musst nicht, okay? Weil ehrlich, du weißt es selber, okay? Seit ein paar Wochen habe ich keinen Chips gegessen, das weißt du. Ja. Ein paar Wochen. Habe ich dir nicht vor drei, vier Tagen noch Chips geholt? Nein. Hä? Nein. Hä? Machst du nicht. Ich kann mich gut erinnern. Egal, mach weiter. Ich wünsche euch im Leben viel Spaß. Danke. Elida, wir lieben dich. Mit lieben Grüßen, euer Fan, Elida. Ich möchte, dass ihr mir auch zurück schreibt und einen Brief schickt. Meine Adresse bitte nicht im Video zeigen, weil das würde mich... Nein, 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 schnell schli, 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 schli. Mach sie. So, liebe Zuschauer, ich zeige euch die Adresse von... Danke, Elida, für deinen Brief. Leute, es geht hier nicht darum, dass man Sachen schickt, die man gekauft hat. Es geht hier nicht um Materielles im Grunde, sondern um Sachen einfach, die von euch geschickt werden. Also auch ein Brief. Es ist eigentlich nur cool, dass wir so ein Video machen können. Es geht nicht um mehr. Also du brauchst wirklich nichts zu kaufen, Elida. Okay, das nächste Paket. Irgendwie ein Vettel oder so, dass wir schauen können, wer es ist. Ich glaube, da hat die Dame mir... Wait. Was ist das? Warte, ich glaube, sie hat mir ein Foto geschickt und markiert von für wen was ist. Weil ich glaube, das Paket, was in Massis Hand ist und das Paket, was Sano hat aufgemacht hat und ein weiteres Paket von Amazon gehören zusammen. Wirklich? Ja, und dann... Von einer Frau? Ja, von einer Frau und sie hat zwei Kinder. Ich glaube, ihre Kinder heißen Heno und Iso. Darf ich das auch machen? Genau. Sano, willst du es direkt anziehen? Hey Leute, richtig Flüchtling sind die in Caritas. Beste. Warte, ich glaube, das ist von Sahar. Das Rote ist für Sahar tatsächlich. Das habe ich mir eh gedacht. Willst du es nicht anziehen? Kann ich gerne machen. Oh. Saar. Okay, ich schwöre, das sieht gut aus. So Leute, das machen wir spannend, so wie schon von Jinta Jok. Okay, es ist wirklich Caritas-Modus. Da gibt es nichts mehr. Nur das. Das ist ein schöner Pullover. Ja. Dankeschön. Hallo, ohne Spaß, ich glaube, du versuchst dich jetzt auf YouTube als Flüchtling zu vermarkten. Leute, es ist heute wirklich Caritas-Modus hier an. Sitz mal für dich, der ist hier abgelaufen. Ach so, Chips. Ja, Pringles. Hey, das ist echt gut. Das ist von Massi. Ach, das war Känz. Ich küsse Chips zu. Jetzt hast du etwas mit Stil in deinem Kleiderschrank. Typisch, nein. Das ist doch viel gekostet. Wieso läst du denn? Aljoba-Kofti. Okay, weißt du was, ich blende den Preis aus. US-Dollar 49,50 Cent. Dänische Kronen 299,95. Das nächste Paket, Leute, ist eigentlich ein sehr interessantes, wegen der Person, die es geschickt hat. Es ist die Person, die uns das allererste Paket geschickt hat im Januar. Was hat Nasik schon wieder aufgeführt? Also, hey, ich weiß zwar nicht, ob ihr euch noch an mich erinnern könnt. Sicher, Nasik. Aber da ich die Reaktionen von euch beim ersten Paket von mir so witzig fand, habe ich euch ein zweites zukommen lassen. Ich rieche Massi bis nach Stuttgart, daher das Duschgel. Schau mal, sie hat uns Farben zugeteilt. Ja. Also, du bist blau, Sano ist pink. Massi ist grün und ich bin gelb. Ihr benehmt euch jetzt wie zivilisierte Menschen. Ich gebe alles demjenigen, dem es gehört. Schneller, aber schnell, schnell. Massi. Eine Anti-Stress-Maske für dich, du armer, gestresster. Oh, vielen Dank, Nasik. Was ist Anti-Stress-Maske? Überleg mal, was ist Stress und was ist Anti? Stress ist das, wo man einen Stressball hat und Anti ist genau wie eine Gesichtsmaske, ist aber keine Gesichtsmaske. Nein, Sano, nein. Ich habe eine Haarmaske bekommen. Pass, Nasik, du bist wieder mal eine Maschine gewesen, danke dafür. Nächstes Paket macht Sano. Warte, von wem ist das Paket? Es ist von einer Lisa, okay? Es ist von einer Lisa. Ich weiß nicht, ob wir den Nachnamen lesen dürfen, weil vielleicht möchte sie das nicht. Es gibt ja nicht so viele Lisas auf der Welt. Ich kenne nur die eine von Simpsons. Ich auch. Ist das eine Decke für mich? Leute, das ist schlecht. Also ich sehe sehr viel Schokolade. Von wem ist das? Vielen Dank. Leute, wartet mal. Das ist eindeutig für Sano. Ey, meine Mutter wird sich ein bisschen komisch fühlen, weil wir Klamotten zugewischt bekommen. Das ist ein bisschen komisch. Lisa, du bist die beste Lisa auf der ganzen Welt. Besser als Lisa Simpson. Ja, darf ich mal schauen? Oh, okay. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ganz viel Schokolade. Nehmt euch. Was? Also das ist ja mein echt Paradies. Oh mein Gott. Ah, da sind wir drauf. Sie hat ein Heft für uns geschickt, auf dem wir drauf sind. Hallo, Ibarwa, Masi, Sano und Sano. Ich habe eure Videos schon mega lange. Und ich wollte Danke sagen, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Bitte. Eure Videos sind mega witzig. Sano, dass ich reiche wie ein Mädchen, ist so süß. Sahas Lache ist die beste. Masis Witze sind so cool. Danke. Und Alibaba ist voll cool. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das erste Video, was ich von euch gesehen habe, war einen Tag lang nett sein zu Sano. Ab dem Video wusste ich, dass ihr die besten YouTuber seid. Ich hoffe... Dankeschön. Ich hoffe, ihr freut euch über die Geschenke. Ja. Ob wir uns freuen? Nein, geht das... Okay, das sind einfach wir drauf. Eis laufen und ich reite Biene einfach hier drauf. Warte kurz, warte kurz. Das ist die Sano Baby Seite, okay? Die Videos mit euch allen sind die besten. Alibaba, schau mal deine Aare an. Ganz ehrlich, ich finde, das war deine bestaussehendste Zeit. Was laberst du? Ich sehe hier so gut aus. Wow. Lisa, du bist eine besondere Lisa. War das alles im Angebot oder du hast den rechten Preis mit? Das Paket, das wir jetzt aufmachen, kam von einer gewissen Vanessa. Sie hat mich darum gebeten, extra, dass wir ihren Nachnamen nicht im Video erwähnen. Das wird noch schlimmer. Was glaubst du? Ja. Apropos Adresse, letztens standen vier Jungs vor unserer Tür und haben ein Foto gemacht. Und ich dachte, die wollen nur überschlagen. Ich dachte, oh wow, das sind weitere Fragen. Oh wow. Oh mein Gott. Bevor ihr irgendwas anfasst, wir lesen. Hallo Nudis. Wir, Sarah, Merle, Chiara und Vanessa hoffen, dass ihr euch über unser Paket freut. In dem Paket haben wir einen Umschlag beigelegt, der Bilder von euch beinhaltet. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Bilder unterschreibt. Wir lieben eure Videos, weil sie einen immer zum Lachen kommen. Das sind unsere Bilder, die unterschrieben werden sollten. Ah, das sind dieselben. Das sind scharfe Chips. Wow. Schau mal, isst du scharfe Chips? Ich mache das. Das ist eine Kekse. Ich weiß schon, was das ist. Prinzenrolle. Ich wette. Oh, Prinzenrolle. Danke nochmal. Oha, schau mal, für Baba. Für Alibaba. Oh. Das ist die Original auch noch. Leute, Masi hat doch übrigens nächste Woche Geburtstag. Dankeschön, das will ich schon als Geburtstag geschenkt. Ja, genau, heute in einer Woche für Alibaba. Okay, eine Wasserpistole. Ey, das ist cool. Und das Lichtbrauch. Genau so alt schätzen sie dich ein. Vielen Dank, aber es ist schon September, ich muss das irgendwie jetzt in der Badewanne verwenden. Oder du hebst es für den nächsten Strandurfer. Mama dich duscht. Kann sie ab jetzt. Für die Nougies. Oh mein Gott. Was ist das? Keine Ahnung, aber oh mein Gott. Was ist das? Da kann man Saft geben, dann Tücher und dann Eis. Das ist so geil. Damit können wir Pepsi-Eis machen. Ich nehme alle vier, danke. Nein, gib mal her. Aber das stand für den. Aber nicht alle für Amasi, Nuri. Gib mal her, warte, ich will das sehen, Mann. Komm, nimm. Nimm, komm, nimm. Nimm, komm, nimm, nimm. Gib her, Amasi. Nimm einfach her. Nimm, nimm, komm, nimm. Okay, nimm. Ah, ja. Nimm. Ich werde jetzt so geschlagen. Da füllt man was rein, am besten was Süßes. So, weiß nicht, Coca-Cola oder so. Daraus wird dann Eis. Man hat dann diesen Stil. Perfekt, vielen Dank. Das mag ich auch. Babaloken, ich hätte Babaloken. Nein, das sind... Mach mal auf. Schau mal. Bahle, 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 balsen. Haribo, das ist doch. Ich liebe die... Ey, das kenne ich nicht mal. Grünohrhase. Kat, yes, yes, yes. Was? So ist die Werbung. Kat, yes, yes, yes. Kat, was? Kat, yes, yes, yes. Ey, vielen Dank. Ich werde das heute... Gelatine. Okay, ich werde das heute beim Zocken... Mashallah, wir sind doch Muslime, ne? Das werde ich heute beim Zocken zu mir nehmen. Ich werde heute auch vieles zu mir nehmen. Ich auch. Jetzt ohne Spaß, wir haben einfach... Du wirst zunehmen einfach. Ich wünsch dir. Du bist schon fett. Mashi, halt die Maul, bitte. Sag einmal. Mashi, halt die Fresse. Mashi, du bist so daneben, wirklich. Das ist irgendwas von Stranger Things. Mach auf. Wow, schön. Wow. Was ist denn Pijama? Von Stranger Things. Wow. Sag noch, das musst du sofort anziehen. Komm, zieh das sofort an, wie glücklich sie ist. Schau. Ich schaue nur, ob mein Name da ist. Okay. Ich vertraue dir nicht. Ich schaue für dich nach. Also Mashi, MHH ist... Ja, ist da noch drin. Und ich glaube, es schüttelt mich sehr stark nach einem Duschgelaus. Glauben fängt dort an, wo das Wissen aufhört. Ich habe gesagt, ich glaube. Ja, das heißt, ich glaube. Und Glauben fängt dort an, wo das Wissen aufhört. Sehr richtig verweist. Ja, Sano, komm. Wow. Komm her. Wow. Ein Pijama, was wirklich wieder mal nicht nötig gewesen wäre, weil es zu viel ist. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sano, sag Danke. Danke schön. Schaut auf wie Mundspulung. Bitte, wenn da ein Fisch ist, dann halt sie ist. Du meinst ein Fisch da drin? Ja. Nein, Sano. So kann man kein Fisch verschicken. Ah, das ist für die Haare. Warte. Jetzt machen wir es falsch, okay? Nein, 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 nein. Es ist eine Wasserpistole. Einmal für mich, einmal für Sano. Sarah, Merle, Ralehmann, Vanessa. Vielen Dank. Achso. Vielen, vielen Dank. Die Pakete waren wirklich sehr cool. Einige Sachen waren wirklich zu viel. Zum Beispiel dieser Pyjama für Sano, okay? Nur weil es zu 100 Finger steht. Oder die Pullover für Massi. Ja, war es gut nur für alle, weil ich Italien mache und so. Also ich bin glücklich über den Pullover. Ja, darum geht es nicht. Ich bin richtig mit das da. Klar, aber ich fühle mich schlecht, wenn wir einfach so Sachen bekommen. Verstehst du? Aber man macht Sachen. Fanpust? Sano, ja, ich wollte einfach was Lustiges. Möchte jeder von euch was sagen? Alles ist gut. Ich liebe beide Kekse sehr. Die Chips bin ich sehr, sehr dankbar. Ihr könnt uns für weitere Teile von solchen Videos, also wo wir Fan-Pakete oder Zuschauer-Pakete aufmachen, auch Sachen schicken. Einfach an die Alibaba Nuri, Sandauer Gasse 2-15, 12C in Wien. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es war wirklich cool, dass wir das endlich drehen konnten. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft meine Streams zu sehen und nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, das war's. Auf Wiedersehen und hasta la. Vista! Wir haben das alles jetzt auf. Ja, ich hatte von mir weg. Du siehst deine Mama. Ich bin mir weg. Vielen Dank.